So, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Wir haben noch einen kleinen Kampf, die gerade eben Und deshalb werden die richtig bedient Und break! Aufdanken Den erstmal erledigt, das war der Rollertyp wieder Hat halt keine Chance, wenn ich von oben komme Nein, 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 nein! Ah, Mann! Okay, dann muss ich jetzt mal, wischen jetzt Ich kann ihn wieder nach oben sitzen lassen Ich bin in der Roller Ich bin in der Roller Ich bin in der Roller Nein, das war schlecht Äh, das habe ich nicht Das war durch Okay, ich kann nicht mehr hin Mann, wo kommt der denn immer her? Mann, wo kommt der denn immer her? Nein! Der Fall, Che! Feuer mit! Und mehr alleine hier Mann, das kann doch echt nicht was sein Ich mache natürlich das erst auf noch Der letzte vor Vitamin passed Ich habe, ich... Nein, kann nicht wohl einen los Wieso? Ey, ich bin verarschen, spiel! Dei! Irgendwer hat tausend Punkte gemacht. Fühlt aber trotzdem nicht gut aus. Was sagt Mützrichter dazu? Es war ganz unknärftig, aber wir haben leider verloren. Habt ihr noch mehr Punkte? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab mich jetzt irgendwie verarschen hier und... So, Rache sind groß. Den haben wir erledigt, aber das sieht sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, was letztes war... Ähm... Meine Schuld war's nicht. Denn ich hab auch immer die meisten Punkte. Ich hab sogar die da... Die mit den 300 Punkte Bonus überholt. Schön. Best Player in der Runde. So. Mal gucken, was ersetzt wird. Mängst du dir das? Das war's nicht. Das war's nicht. Ichека zu dir, was das so machen? Dann. Ich hab das. Abfeuer bereit. Ich schütze ein Idiot rum, der feuert. Wahnsinn, ja. Mach den doch tot. Oh Gott. Der nervt irgendwie, der Tobi. Der Tobi ist nicht so. 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 Und Vicky erledigt. Wunderbar. Die Japaner erledigt. Wunderbar. Sie müssen erfolgen, die Japaner erledigt. Nein! Ja, mein Vicky. Ich gebe euch mal alles und bleibe einfach bloß mal ein. Sooo, ich bin ganz konzipiert hier. Na, hab noch erledigt. 1.000 Punkte, wollte ich mir sagen. Ich weiß nicht, was jetzt wieder los war, aber jetzt am Ende wird es wieder alles schief gegangen. Das sieht man auch an der Fläche irgendwie. Man sieht richtig, wo ich war und wo der Rest war. Tja. Und dennoch war euch der Beste. Ich hab doch nicht so viel gehabt. Schön. Ich mach auch noch eine Runde ab. Und dann war es das auch leider schon wieder. Oh, guck mal. Jetzt ist auch unser zweiter Mann eingetroffen. Der Kev Game EP. Stufe 32. Ich dachte schon, der kommt gar nicht. Jetzt haben wir gleich zwei Gegner, Leute. Den Kev Game EP und den Drohplay. Okay. Werde ich es schaffen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hab den natürlichen Freide gegen mich. Was ist noch anderes zu erwarten? Ich glaub, die gehen alle auf mich drauf gleich. Diese Runde wird kein Zuckerschlecken für mich werden. Diese Runde wird kein Zuckerschlecken für mich werden. Schwimm. 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 Ich hab den einfach mal abhauen. Ich würde steh mich hier anziehen. Nein, der Kater drin. Schieß ab. Schieß ab. Schieß ab. Schieß ab. Ich hab ihn noch abgeschossen. Schieß ab. Schieß ab. Ich hab jetzt gleich zwei gegen mich. Ich glaube, ernsthaft, dass die Jagd auf mich warten wird, dass sie mich haben. Ich versuche einfach weiter mein Ding durchzuziehen und hier alles einzufärben. Der hat mich wieder da. Ich habe ihn doch gesehen. Der ist richtig schwierig. Und ich bin da woher. Ich bin da woher. Oh nein. Nee, das hat ich vor allem beim Exit. Oh, ich fahr den Lich, ich gucke mir dann. Ein Bruder, ein Bruder. Egal wo ich hingehe, es ist alles Gegner Schafar. Wir haben verloren, übrigens. Und dennoch habe ich gut Punkte eingehalten. 1300! Ohohohoho! Schön! Ohohoho, ich habe geräumt. Ohohohoho! Ich konnte aber noch nichts retten. Mein Team war einfach zu schlecht. Das ist mein echtes Team. 1300 Punkte habe ich gemacht. Komm schon. Was? 1400 Punkte? Ich habe dich doch alle überholt. Shit! Naja, ich mache gleich mal Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!